Willkommen zurück zu Part Nummer 2 von Twain Artefax auf der Power vor der Akademie. Oh Mann ey, was ist denn da hier für eine Scheiße? Warte mal, ich kann noch. Na Moment. Da kann ich doch. Genau. Die kann ich doch vorschieben. So und dann lasse ich das einfach los. Normalerweise. Ey, warum fährt denn das jetzt nicht? Ist er eingehakt oder was? Warte mal. Das ist eine Scheiße. Ach komm schon ey. Das müsste doch eigentlich geschehen. Ja sag ich doch, Alter, bin mir bescheuert ey. Boah, warte mal. Geht's auch mit der Kiste? Na aber. Zack. Da kann der Schrott schon mal weg da. Ja. Dieser kleine Splitter des Twain scheint uns unsere alten Kräfte zu geben. Pass gut drauf auf, Amadeus. Pass gut drauf auf, Amadeus. Wir brauchen ihn sicher noch, wenn wir diese dunkle Wolke verfolgen. Ja, ich muss sagen, das war schon echt heftig, äh, gab es ja ein bisschen leichter vorgestellt, aber es war schon doch extrem schwer. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut da rein, bis dann. Bevor wir abhauen, Moment, können wir mal gucken, was uns im nächsten Part erwartet. Und zwar, die Astral Academy. So, was haben wir dann hier? Ein einsamer Ritter. Wunderbar. Also, haut da rein, bis dann.